Trost-News? Trost-News! Die ganze Fernsehnation fragt sich voller Angst, was macht Gregor Giese jetzt am Sonntagabend? Denn Günther Jauch-Sendung gibt es nicht mehr, die Talkshow gibt es nicht mehr. Gestern war die letzte Sendung und ich glaube, Günther wollte sagen, oh, was für ein Glück, dass der Käse endlich vorbei ist. So klang er zumindest, als er gestern seine letzten Worte folgendermaßen wählte. Und Ihnen sage ich herzlichen Dank, dass Sie uns diese viereinhalb Jahre so wunderbar die Treue gehalten haben. Möchte Sie einfach bitten, dass Sie dieses Vertrauen meiner Vorgängerin und gleichzeitigen Nachfolgerin Anne Will, die es wirklich verdient hat, dass Sie der dieses Vertrauen auch entgegenbringen. Danke Ihnen nochmal, wünsche Ihnen alles Gute und jetzt noch einen schönen Abend. Danke und auf Wiedersehen. Ja, so war das. Übrigens, heute Abend könnt ihr ja auch wieder Fragen stellen im Fernsehen, jetzt kriegt ihr aber auch Antworten dafür, weil wer wird Millionär? Gott sei Dank. So, und jetzt hören wir Robin Schulz. Trus News. Täglich bei Jochen Trus am Morgen und auf Spree-Radio.de